Als Herzensangelegenheit ist mir die Aufwertung des Ortskerns, insbesondere die Sanierung der älteren Häuser, wie die alte Drogerie oder das Königin-Bertha-Haus oder die Märchenbinte, die schon lange gebrach ist. Im Weiteren ist mir auch ein Anliegen, dass man ein sinnvolles Entwicklungskonzept für die Brandruine an der Burgstatt machen könnte und ganz allgemein eine Strassenraumgestaltung, die man zu Begegnungsbereichen aufwerten müsste.